So Peace Leute, weiter geht es mit Need for Speed Monster One Tools Für den S Letzten Part haben wir bis Chapter 8 geschafft Oder in den letzten Part 10 Ich weiß nicht wie viele Auch diesen hier produziere ich mal wieder vor Wir haben jetzt mittlerweile einen Lamborghini Was mir sehr gefällt Aber man weiß halt nicht ob... Boah ich muss das gleicher machen ey So Zu laut leider mein Kopfhörer Mein Headset Ach komm Bin dann nur reingecrashed Bin dann nur reingecrashed Das gefällt mir schon ziemlich Auf jeden Fall Also die Geschwindigkeit hat er ja ziemlich gut drauf Das gefällt mir Ähm So Mist Gut das war jetzt Pech Dass die Kurven halt sehr genau kamen Ey ich musste mich ja auch wieder rein spielen leider Deswegen jetzt gerade auch von der Wenn halt direkt von der Arbeit kommt und jetzt sagt Jo Äh Spiel ich jetzt mal eine Stunde oder so War so circa eine Stunde hatte ich jetzt geplant Mal wieder aufzunehmen Also ich werde jetzt nur wieder Karten so ne Man kennt es jetzt mittlerweile Also ich werde jetzt nur wieder Karten so ne Man kennt es jetzt mittlerweile Ist natürlich sehr sehr ärgerlich Ah ok Dings ist rausgeflogen Der Sunny Der eigentlich Blacklist Fahrer 15 ist Aber auch Nicht hier auftaucht Wie halt im KBR Naja im Grunde ist es doch egal So So Naja Sonst ist das Dass mein Licht die ganze Zeit so flackert Nervt ein bisschen ne Also seht ihr nicht Aber Ich meine wir sind zu schnell unterwegs Wahrscheinlich wartet er jetzt irgendwo mit Nagelbändern hier wieder auf uns Gut Und wenn ich hier reiche das ist auch gut Oh da war der Subaru hinter uns war jetzt nicht schlecht gewesen Muss man mal sagen auf jeden Fall So 700 brauchen wir noch Ich weiß nicht wir können ja auch erstmal die ganzen Events machen Und wenn halt irgendwelche dabei sind Die werden noch nicht äh Können Dann sparen wir uns das einfach Das heißt sparen wir uns Wir brauchen wir uns ja einfach nicht sparen Also wenn Wenn Möchte ich das gerne 100% haben Und so ne Das war alle Events halt Gemeistert haben Das ist eigentlich schon so das Ziel gewesen Ja Haben wir ja im KBR Teil auch gemacht Haben wir auch alle gemacht Ja Und das machen wir halt in dem In diesem Projekt auch Würde ich sagen Sofern es uns möglich ist Ich meine Durch das Projekt Haben wir uns ja auch mehr oder weniger Ähm Ne danke Ich könnte es zwar schaffen Aber ich will es nicht Ähm Ja wir haben uns ja mehr oder weniger durch Ähm Try and Error gemacht Ne Ja Boah Es sieht wieder sehr kurvenreich aus Die Strecke Warte Da kann man sich wieder drauf fangen Also eigentlich nicht aber Naja Ja wir sind halt passend gefahren Das ist blöd Was sind das für Abgrenzungen Du bist spähnert ey Das ist echt bescheuert Und die komischen Kurven kommen da unten ja auch erst ne Ich habe immer ein sehr kurvenreicher Spaß hier Wobei wir den Spaß natürlich mal wieder Komplett weglassen können Wieder streichen können Alter Stellt euch mal vor ihr lebt in so einer Stadt ey Die so welche Straßen hat ey Entweder könnt ihr dich umbringen Oder ausziehen ey Alter Ich könnte es nicht ab ey Ich könnte es nicht ab Ich könnte es nicht ab Ähm Schwierigkeiten vor uns Das freut mich Ja Wir könnten jetzt gegen den Boss kämpfen Ähm Können wir machen Sag ich mal Wir können es ja probieren Dann kriegen wir sowieso Kriegen wir auch ein Upgrade schon Ne Ja Macht irgendwie Macht irgendwie mehr Sinn Ähm Das jetzt schon zu fahren Sofern wir gewinnen natürlich Weil ähm Wie gesagt die Upgrades kriegen wir ja Kriegen wir ja Wir können ja ein Ähm Wir können ja ein Upgrade dann Und Ja Können wir mal gucken Ob uns das Weiter hilft Boah Als ob er ganz genau Abgebremst hat Das ist der Reinkracher ey Auf jeden Fall wir können ihn einholen Mit dem Lamborghini Das freut mich schon mal sehr Weil dann haben wir hier Schon mal nicht so das große Problem Dankeschön Wer ist das die Polizei am Arsch? Ne Weitestgehend nicht Wie getimed war das jetzt bitte schön ne So ganz genau auf diesen Punkt Kann mir keinem erzählen Dass das so Gedacht ist Oder hat die Polizei gewartet Da bin ich auch nicht Ach gegen Öl kämpfen wir Okay Weiß noch nicht was das jetzt ist Ob das jetzt Platz 6 ist Oder Muss ja eigentlich Platz 6 sein Chapter 15 müsste der Endgegner sein Und wir sind Chapter 1 Ach komm Verpisst euch doch mal Immer an diesen Stellen Wo du's nicht vorsehen kannst Sind die Ach man Wenn wir dann mit Topgeschwindigkeit durchgefahren werden Weil überholt und hätten Vielleicht sogar einen Vorsprung rausholen können Ja er hat doch auch keine Chance Ja er hat doch auch keine Chance Müssen wir nächstes Mal die Abkürzung da fahren Weil anscheinend hilft die einem Auch die Polizei loszuwerden Mal wieder So bei mir hätten die alles versucht Oh Gott Leute ich verkack aber auch hier richtig Was ist denn heute los Ja keine Ahnung Wollte nicht lenken Gerade Der Wagen wollte echt nicht lenken Ja manchmal will er nicht Manchmal will er gar nicht so geil lenken Und so ne Und dann kommt nur dieses Statige oder gleich über Überlenkung Ist halt auch ziemlich easy passiert Ja scheinbar Ziemlich oft verkackt jetzt ne Und das Earl jetzt hier Keine Ahnung Ich glaub das verlieren wir Und zwar hochkantig Ja komm Ja und der Ferne Also die Autos muss man heute wirklich sagen Die sind saugeil getimt Ähm Also Ich würd mal sagen Keine Chance Ja guck wie getimt war das denn jetzt bitteschön Gerade überholt zack kommt mein Auto Nie im Leben Boah und dann diese Kurve Diese Kurve einfach so zack bam Das ist doch scheiße einfach Dann übersteuerst du hier sofort Ich mach nichts Ich mach nichts Ich drück nur einmal kurz links, rechts, links, rechts Der übersteuert sofort Das geht doch gar nicht Da Keiner kann so stark übersteuern ey Alter Alter Das Links System habt ihr ja komplett verschissen Also Aber Restlos Da habt ihr komplette Scheiße gemacht Das macht keinen Spaß So ganz ehrlich Haben wir im letzten Part schon Scheiße gefunden Das macht wirklich keinen Spaß Selbst mit einem Lamborghini Wenn der sich steuert Als wenn es die Scheiße selbst wäre Wurde verhaftet oder was Nice Ne im Leben Wir warten sowas von da vorbei Kann mir keiner erzählen Dass wir da wieder timegenau Auf der Kante waren Ach toll Wir sind jetzt mal 300 gefahren Und die Gegner sind trotzdem hinter uns Und das Obwohl wir keine wirklichen Fehler gemacht haben Das ist echt hart Das finde ich nicht gut Dann ist noch die Polizei Auch nicht gut Wir haben auch schon wieder reingefahren In dem Auto Leute die timet die aber auch sau cool Das ist echt noch eine scheiß Herausforderung Da auch noch den ausweichen zu können ey Bin ich ganz ehrlich Das macht auch keinen Spaß So eine Lenkung ist schon Eine Sache für sich Aber die Autos Das ist echt hart Da auch irgendwie noch mit klar zu kommen Das finde ich nicht so gut Da bin ich ehrlich Das finde ich nicht gut Weil durch die Autos haben wir schon so oft verloren Oder halt Sind in viel schwierigeren Situationen gekommen Ja genau wie die Steuerung Also die Lenkung Und wir können hier leider auch gar nichts verändern An dem Spiel Also wir können das zum Beispiel nicht sensibilisieren oder so Habe ich eigentlich wieder abgelenkt Aber gut YOLO Autos halt Kannst du machen was du willst Leute wir waren sowas von davon dabei Wir haben das nie im Leben erwischt ey Also ich guck mir die Aufnahmen an Und zeig euch das Aber mit Pfeil Dass wir dann nie im Leben drangekommen sind ey Meine Fresse Hör auf zu Cheaten Drecksgehen Akzeptier doch einfach dass wir Erster sind Und es noch gut aussieht Akzeptier das doch einfach Dass auch endlich ich mal hier ein bisschen Gewinner Man sieht es ja akzeptiert es nicht Der akzeptiert es einfach nicht Das geht mir sowas von am Arsch vorbei Da hast du keine Chance ey Der Wagen lenkt sich da automatisch auch noch in die Richtung So dass du da auch nicht wirklich lenken kannst Durch die Geschwindigkeit und so weiter Es lenken ja sowieso sehr sehr viel schwerer ne Was ist das jetzt? Es muss noch einer gegenüber kommen so Wenn man noch nicht mal ausreichen kann richtig So jetzt sieht es schon scheiße wieder aus ey Wär schon wieder einer entgegen gekommen ey Jungs Ihr timet die aber auch richtig gut Da hätt ich jetzt einfach nur Glück dass ich da nicht reingekommen bin Guck Es wär jetzt schon wieder einer gekommen Es wär jetzt schon wieder einer gekommen Leute was ist hier los Jetzt kriegen wir nen Turbo Ja aber was ist das denn bitteschön ey Ey wir hätten das Spiel viel einfacher da gemacht so ne Bescheid sowas ey Bescheid sowas ey Lass uns erstmal den Turbo hier gönnen Worum er jetzt ist Jetzt kommst jetzt sagt mein Spiel Oh ne haben wir nicht Oder haben wir schon Schade Tja soviel zu wir kriegen bessere Bessere Upgrades Naja egal Bosses Kampf geschafft Und der nächste Es kann noch Es kann noch die Upgrades hier Die Respect Points kassieren Geld ist mittlerweile hier nicht mehr so wichtig Ja Es ist aber sehr sehr knapp bemessen Leute Die alle innerhalb von 35 Sekunden Puh Das ist ziemlich knapp bemessen Muss ich sagen Gut da hab ich jetzt keine Chance gehabt Ne Ich bin gerammt und dann ging das Teil nur noch nach links Hätte ich erst sehr stark bremsen müssen Und wenn überhaupt dann Hätte Eine Einlenkung möglich sein können Das ist kacke Was soll ich da machen? Auto Ganz langsam Leute soll ich denn noch bremsen Und sagen Jo ist in Ordnung Stimmt so Das Teil muss weg Der muss weg Kann doch nicht sein alter Kann doch nicht sein Kann doch nicht sein Kann doch nicht sein Dass hier jetzt noch so was Unfaires spielt Ehe Und jetzt ist sie plötzlich nicht mehr da ne Sehr blöde Kurve auf jeden Fall Aber es ist möglich ja auf jeden Fall Möglich jedenfalls So auf jeden Fall nicht Aber das sind auch wirklich so Cheat Cheating Sachen ne so Wenn du mit dem Hinterlag kommst Wenn du Jegliche Nonphysikalische Berührung Was in dem Spiel auch möglich ist Ja Du bist da trotzdem von betroffen Auch wenn du es Nicht wirklich betriffst So ne Was ich auch sehr sehr fair finde Ähm Dann bist du schon im Arsch Bei dem Spiel Ja gut das ist eindeutig Ging auch irgendwie nicht mehr Ich dachte so Oh ihr passt schon und so Und dann im allerletzten Moment Kurz bevor wir da Auftakt hatten Merkte ich Ach scheiße funktioniert nicht Reichte nicht Aber ich hatte Angst das Teil Das Teil mal wieder übersteuert Weil es auch Das Gene tut Das nicht reicht dann Für den Arsch einfach Für den Arsch einfach Was wird das das hier mehr Okay Hab ich es auch nicht verstanden War eigentlich gut Das war echt sehr gut Ich dachte so Oh ja passt So aber Anscheinend Bist du irgendwie Trotz mit irgendeinem Mini Teil Drangekommen und sagt Jo Nächster Nach dem Motto Du Bastard Du Bastard Ja gut Das Bastard können wir auch viel verstehen lassen Leute ihr könnt mir nicht sagen Dass es Da reicht Dass du ein bisschen da dran kommst Nie im Leben Nie im Leben Das sind ganz Mit Lineal Würde ich das unter Mit Lineal Würde ich dir den Scheiß sogar noch messen Und sagen Da bin ich sowas von nicht dran Nie im Leben Was soll ich das denn Was soll ich das denn Was soll ich die Polizei hier wieder Die ist sowieso super merkwürdig Ja keine Chance Die Gruppe muss ich einfach viel geiler machen Und dann irgendwie genau reinschlüpfen Hat die auch super positioniert Muss ich sagen Und dann muss ich noch ne Nicht gerade kurze Strecke Bis zur Ziellinie Machen Klar Und da kann man mich Speed King nennen Wenn ich das tatsächlich so schaffe Ne Ne Übersteuert Da hab ich übersteuert Das war ein Fehler Ja Das war mein Fehler Sonst nie Sonst ist immer das Spiel schuld Selbst dass es existiert ist Es ist seine Schuld Ja Ist in Ordnung Mach weiter Immer diese La Zeit Jungs die Drücker Wie ein Bekloppte auf den Knopf Dann muss der Teil weiter gehen Zack Zack Er hat das Spiel noch nie was von Schwalen Error im Prinzip gesehen Oder gehört Blöd dass man es aber bei dem machen muss Was Haben wir geschafft? Ok Ich dachte das schaffen wir nicht mehr Ok Trotzdem scheiße Wend Einfach scheiße Wend Na die Strecke ist auch nicht da Der wird auch letztens gefahren Im letzten Part Auch mit dem Lamborghini Das macht überhaupt keinen Spaß Weil die ganze Zeit In irgendwelche Ecken knallzt Tatsächlich hinfalls knallt Ich nehme alle mit einfach Hier gibt es sogar um die Möglichkeit mich zu erwischen einfach Weil die Strecke so scheiße ist Er ist halt die Anfangsstrecke Die fährst du zuallererst So ne Glaub ich auch noch die Bossstrecke vom ersten Wesen glaub ich Ne Tess hatte eine andere Genau Tess hatte diese andere Naja mit dem Regenschirm und so weiter Das ist irgendwie Mit diesen zwei komischen Kurven Und der dritten und vierten Die ganz nervig ist Also dritt auf jeden Fall Weil du da ganz stark abbremsen musst Naja das war die Überhol doch einfach Genau Cheete dich durch Lagerbänder abgeworfen Hat mich aber nicht getroffen Zu weit links waren Ja der größte Spaß meines Lebens Need for Speed Und gleich der nächste Und wo war denn jetzt schon wieder ne Polizei? Ich seh euch noch nicht mal Ich seh euch noch nicht mal Du ich reagier ja gar nicht mehr drauf Ich reagier ja gar nicht mehr drauf Die Polizei Weil die ist irgendwie gefühlt an jeder verfickten Ecke Das gibts doch gar nicht Lass mich doch einfach in Ruhe lassen Ich will doch einfach nur diesen Scheiß rennen Ahhhh abschließen Meine Fresse Immer diese Leute die einen voreinander sind Ey Jetzt ist es zu kotzen Jetzt ist es zu kotzen Hallo Jungs das könnt ihr mir nicht erzählen Dass ich genau auf den Punkt geknallt bin Dass ich nicht nach links oder rechts kann Als ob ich so ein unbeweglicher Stein bin Das gibts nicht Ich muss ja die fahren über die Kurve aber auch wirklich Wie Genies hier Kann mir auch keiner erzählen ey Alter Nicht neben mir sein Na geschafft Kann ich nicht lesen Sassy easy Ach Mir egal 1100 brauchen wir nur noch Sassy hätte ich jetzt gesagt Wie auch immer das ist Habt ihr auch wirklich in der geilen Schreibweise geschrieben ey Also ich kann es nicht lesen Vielleicht kann es einer von euch lesen Wird mir ja gerne mal unter in die Kommentare schreiben Wird doch spannend Auch die die ich jetzt nicht vorgelesen habe Jetzt gut Gut Earl Haben wir Kann man lesen so ne Aber BB Wer zu hell ist BB Check ich nicht BB BB Wer Das ist mein Real Talk Wie ist das Naja Mit sowas Schlägt man sich hier ein bisschen rum Im Spiel Und sowas Dass auch jedes Mal erneut Spaß macht Ich glaube der Abkürzer hätten wir nehmen müssen Na wobei wir haben es doch noch geschafft Trotz so vieler Fehler ey Toll Knockout Das ist ein Super Das ist ein Super Das ist ein Borsche wäre jetzt hart Wenn hier einfach Porsche Carrera drin hätten Nein das wäre hart Also das wäre hart Das ist ein Super Das ist ein Super ein bisschen blick war da jetzt gerade auch bei die sind aber ziemlich gute gegner und da konnte es jetzt da kann es echt schlecht was machen wie aus dem bilderbuch genau perfekt vorbei keine chance da waren drei fahrzeuge so nie im leben und dann auch in anbetracht dass ich da um die grad gefahren bin nie im leben das war menschlich fand ich nicht möglich hat sowieso nur ein bruchteil von nicht mal einer sekunde zu entscheiden wie man lenkt also ich kann es jedenfalls nicht erkennen vielleicht kann das der ein oder andere von euch dann auf jeden fall großen respekt wenn ihr das könnt auf jeden fall auf jeden fall toll so ne aber ich gehöre zu den leuten ich kann das echt nur im effekt so manchmal ganz ganz selten dass ich dann das selten auf jeden fall in so welchen spielen sowieso nicht also eher weniger aber wie gesagt meistens eher also ich habe das natürlich schon einige mal mit beobachtet auch in anderen spiel nicht nur in rennspielen ist das der fall sondern auch in ego-shootern action spiele was auch immer mich getroffen hatte ich steuere die ganze zeit oh scheiße naja die scheiß nagelbände mal wieder eh vor denen habe ich einfach tierisch tierischen schiss auf jeden fall die sind echt behindert nächste polizei aber mit dem ausreichen oder bruchteil von der sekunde ganz ganz selten nur im effekt wirklich ganz ganz selten habe ich das gut da bin ich jetzt reingekriegt oder manchmal habe ich auch einfach ein gespür dafür tatsächlich man glaubt es kaum so manche bei manchen spielen habe ich auch irgendwie den dreh einfach raus und ich wollte mich nur weg lenken aber funktioniert irgendwie überhaupt nicht ja der steuert sich sehr steif das ist das problem die anderen haben sich sehr schnell übersteuert der lenkt sich halt sehr sehr auf ich finde es klasse dass der da easy going durchkommt so no problems und ich und ich ich da durch glücken muss dass ich ja nicht so der hit finde dass ich ja nicht so der hit finde bis jetzt musst du ich 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 Vielen Dank.